Ich bin Peter Adrian. Ich habe Gipser Trockenbauschli. Am Beruf auf das Gipser gefällt mir sehr die vielseitige Arbeit. Alltags etwas Neues und man sieht, was man gemacht hat. Mein Vater hat den Mauer gelernt und dann noch Gipser. Er hat selbst ein Geschäft. So kam ich zum Beruf. Meine Ziele sind sicher, noch ins Ausland zu gehen. Verreisen, vielleicht im Ausland noch einmal arbeiten. Andere Sachen lernen können. Dann können wir Stück für Stück die Vorarbeiterschule machen. Polierschule und dann die nächste Schule. Und irgendeines Geschäft übernehmen. Bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Bye.